vor allem und reing und liebe leute willkommen zu einem neuen let's battle mit raffi ja ich habe meinen neuen pc aber irgendwas klappt nicht ganz klar aber egal ob es geht und ja wir starten jetzt ich bin online und ja und mir gerade jemand bei selbst geschrieben ja da war das wieder bei dir anstellen und bei die schon fertig geladen kommt noch ein stück genau so jetzt warte auf andere spiele schon dann ich habe 22 sekunden gebraucht du kannst das sehen das wurde dir angezeigt so wurde genau stimmt das kann ich besser spielen ist das schön ich hatte so am anfang auch keine lex gehabt wenn ich aufgenommen habe aber halt wenn viele gegner waren ich bin gespannt ob das gleich auch passiert ich habe hier ansehen seine bauern am schicken ich kriege bogenschütze jude 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 ich weiß nicht ob der ingame bei Measure Gеньter jude 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 jkp eins ab gleich wie du oha da muss der aber oha mithalten Prozent könnte ich noch mal den Lebensanzeige anmachen eine Auktion hat immer anzeigen so mein Ding haben das überlebt jetzt schnecken sie nach unten ich bin jetzt nicht mehr seiner schon nicht schlecht ja wir bauen auch gleich ein keine hektik ich hab das gesehen so ich bauen Arbeiter Dito Lahmviecher meine Eierschnecken jetzt darunter hey da sind welche durchgekommen ja aber unten steht zu viel ja aber ist ja egal wie sind welche durchgekommen das ist halt Geld was die nicht kriegen ja das ist immer das Gute dabei so ja sag auch wenn ich dieses Holz upgraden soll ne weil ich weiß nicht mehr wann das war ok ok kann ich tun thanks darling no problem dude Jut 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 Meister Jüderich wa Jut 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 Ah, für die Übrigen, die ja nicht WC3 gezockt haben, oder hier, ähm, Leeds und TD zumindestens, das sind hier die Verteidiger, zum Beispiel das sind jetzt meine. Über mir ist halt, äh, Networkpunk, also Raffi. Bin ich hier zum Fernsehen. Und das sind die Arbeiter, die man braucht, um Holz zu bekommen. Holz bringt denjenigen, wenn ihr zum Beispiel hier drauf klickt, dann halt so Einheiten, die man den Gegner noch zusätzlich schickt, was sowieso schon kommt. In-Kamera genannt. Ja, und dadurch kommt man mehr in-Kamera, also, zum Beispiel ich bekomme jetzt gerade nur 5 in-Kamera, weil ich vergessen habe, was loszuschicken. Und, äh, hier unser lieber Raffi bekommt 8 schon, direkt wirkt sind die Arbeiter, die man ja hier hat. Und ja. Hm, hier, die kann man upgraden natürlich. Das ist so sehr wichtig. So, die abreißen. Was hast du da? Nein, du brauchst da keinen hin. Zack, dir das Geld ab, Alter. Jüdische Ratte. Später kann ich dich supporten. Ja, später, aber jetzt geht's ja noch. Wenn du's nicht mehr packst. Ja. Wenn, falls. Ja. Genau, wenn. Und dann noch ein Arbeiter, wenn du genug Knähte hast. Ihm, müsste ich eigentlich das gleichbekommen. Nachwörtlich schnappt das schaffen, wie bei mir. Naja, cool. So, Arbeiter. Kollektion. Und die, 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 die. So. Werdinand. Und ja, abgeschickt mir dann. So, das ist noch ein Bogen, Leute. Ii, du bist ja gelb, anstatt grün. Ja, das ist voll madig. Ich liebe grün. Übrigens bin ich diesmal nicht pink. Ja. Ey, ich hab mehr Endkammer als du. Aber du bist orange. Was, du hast mehr Endkammer als ich? Niemals, mein Freund. Ja, verdammt. Ja, jetzt haben wir gleich. Den musstest du ja noch rausquetschen, wahr? Sagt du eh lecker. Rein aus Prinzip. Ab welches Level müssen wir die, ähm, das mehr Holz bekommen? Also mehr Eng... Ja, mehr Holz. Upräden. Acht, neun, sowas. Okay. Oh, es könnte bei mir knapp werden. A look of a dick needed. Ja, ich muss die Eier jetzt langsam abdraiden. Noch ein Bauarbeiter? Hm, ne, grad nicht. Gut, dann upgrade ich mal. Amper. Haben wir schon vier Stück. Ja, deswegen. Okay. Mehr als alle anderen. Ja, bei uns kommt nichts durch. Ob ich wieder durchkomme auf der anderen Seite. Oh, vielleicht gewinnen wir. Oh, 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 oh. Das ist böse. Ja, bitte, alter. Ja, die Einheiten taugen nix. Ja, okay, so viel zieht er jetzt, sehen wir jetzt nicht ab, aber ein bisschen schon mal zumindest. Ja, egal, kein Gold. Ja, eben. Echt? Und weniger Leben. Wo bleibst du mit deinen Innenkammern, mein Freund? Verdammt. Ja, das NS. Not safe. Da wird das Holz nicht in die nächste Runde gesichert. Ja, ich weiß so, das kann ich nicht. Ja, das ist auch ne dumme Mod, aber naja. Naja, besser ist gar nicht. Ja. Deswegen schicke ich zu Anfang auch immer die Kleinen. Oh, verdammt, ich kann nix machen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie bei mir halten. Weil ich befehle noch ein bisschen Gold, so ein Hättchen noch abgebradet. Mhm. So, ach, wir gleich in die Kamera. Hm, gut. Müssen die aber eigentlich theoretisch schaffen. Ja, 365, das müssten die eigentlich. Wie viel? 365. 425. Ne, nicht geschafft. Verdammt. Mavic. Dammit. Ja, aber es sind nur sechs Stück. Das geht noch. Ich hab' mir guckt. Nein, guck mal meine HP an, wie die auch reindamaged ist. Ja, das ist gut. Auch. Sie ist ja auch abgegräben. Hm, verdammt, ich brauch drei Gold. Sonst hätte ich schon so ne Fliegechse machen können. Geil, der Mann. Spar mal auf mein erstes Haus, ey. Oh, ne, ich hab' mir gedacht, was war. Und dann, zur nächsten Runde, wenn du genug Gold hast, dann Lumberjack upgraden. Okay. Wie viel Holz wird gespeichert? Pro Runde immer zehn mehr. Jetzt sind wir bei acht. Also 18. Äh, 80. Hey, ich hab' mir in Kammer als gut. Oh, la 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 la. La 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 la. Verdammt, das muss jetzt nicht sein, ne? Ja, jetzt haben wir den gleich. Ja, Fick, das Holz hätte ich eigentlich gebraucht. Verlau es. Idiot. Oh, das ist gut. Das ist madig. Idiot. Ach, dies ist mal einiges geschafft. Das ist gut. Ich hab' meine Eischenke da langsam runter. Oh, das ist. Ach, da wirst du auch noch hinkommen. Na, ich brauch' Holz für ein Haus. Genau, jetzt Holz updrainen. Ich prob' auch, du misst viel. Gut, dass die fünf durchrann gelassen haben. Ja. Das ist mehr, mehr Zeit.